Fortuna Düsseldorf Drei Jahre zuvor, die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit platzten im Winter-Trainingslager in Marbella. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Ich werde nie wieder eine Mannschaft trainieren, die charakterlich so stark ist, sagte der routinierte Trainer während einer Medienrunde. Er wischte sich Tränen aus dem Gesicht. Ab Sommer bin ich Rentner. Das ist meine letzte Trängerstation. Ich hätte gerne weitergemacht. Der 65-Jährige hatte darauf bestanden, in der Winterpause bereits Klarheit über seine Zukunft über den 30. Juni 2019 hinaus zu bekommen. Die Fortuna allerdings wollte erst abschätzen können, ob der Klassenerhalt gelingen wird. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Die Fortuna Düsseldorf Die Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2016 Zudem wird die Fanbasis die Entscheidung kaum verstehen. Namen möglicher Nachfolger werden das Umfeld in Atem halten. Das ist die Erkrankung! Die Fortuna Düsseldorf Die Fortuna Düsseldorf Untertitelung des ZDF, 2020